Hallo liebe Freunde, mein Kopf rollt da gerade in diese Grube, habt ihr das gesehen? Was ist denn mit unseren Köpfen los? Oh mein Gott, wir sind kopflos heute, kopflos durch die Welt. Das war ich ja mal wieder. Mit dem Domi, mit dem Tommi, mit dem Flori, der in der letzten Folge ja gewonnen hat, zumindest in der letzten Gegenbeast-Folge. Ich konnte nicht verstehen, wie das passiert ist. Mein Charakter steht gar nicht auf. Kann man die Köpfe auch rauswerfen? Warum stehe ich nicht auf? Verprügel dich einfach mal. Ja, aber das finde ich unverschämt. Ey, ich war doch gerade noch da. Ich kann mich nicht bewegen. Das gibt's nicht! Oh nein, wir kommen jetzt! Oh Gott, der Kopf rollt nicht mehr! Der Kopf rollt nicht mehr, die Kamera ist auch so weit weg, was soll das? Oh Mann! Naja, jetzt nochmal neu. Oh, da greift der Kopf, jetzt gibt's noch was gesagt. Wer ist denn? Boah, der Wandel will ins Wissen. Oh, da hat er mich bewusstlos. Das ist der Tommi, und der steht auch wieder auf, dass ich mich liebt. Ey, ich bin einfach bewusstlos umgefallen. So. Boah, da schafft er es noch. Nix da, nix da. Irgendwas ist mit den Köpfen. Und ich glaube, wenn der Kopf stirbt, dann ist man selber auch schon tot. Oh, ja. Oh nein! Mein Kopf rollt! Warst du das mit dir, Wandel? Ne, mein Kopf ist aber weggefallen. Und jetzt bist du auch eingefallen. Ja genau, du kannst dich da nicht mehr bewegen ab dem Moment. Alter, scheiße, echt? Du musst deinen Kopf verteidigen, oder? Alter, muss man den Kopf verteidigen? Du musst deinen Kopf verteidigen. Ach du Scheiße, das ist ja mal richtig special heute. Das ist voll special. Das Level heißt übrigens Grind, das liegt natürlich an diesen Geräten, die wir reingezogen haben. Komm beide rein! Oh nein! Nein! Oh nein! 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 Aber deswegen konnte ich auch von Anfang an nicht aufstehen, weil mein Kopf da in diese Grube gerollt ist. Ja. Man kann die halt auch wegwerfen. Du kannst halt auch die Köpfe von einem anderen nehmen. Nein! Meiner ist auch direkt weg. Was? Das gibt's doch nicht. Ich nehme meinen Kopf mit. Jetzt liege ich, jetzt liege ich. Keiner geht zu meinem Kopf. Ich habe mich bewegen, toll. Ey, das ist ja unverschämt mit dem Headless. Aber irgendwie ein geiler Spielmodi, ne? Irgendwie schon cool. Ich habe leider keinen Kopf mehr. Aber das ist ja ein Neues. Da muss man erst mal reinkommen. Aber man verliert kein Leben dann, oder? Doch. Ich habe meinen direkt... Ey, mein Kopf rollt automatisch da rein. Ich wollte ihn nehmen, aber es hat... Wie soll ich das denn schaffen, wenn mein Kopf so schnell da reinrollt? Das ist doch unfair. Jetzt liege ich da wieder drauf. Ich werde ja in den Grinder gezogen. Vor allen Dingen, der da hinten schadet, an der roten Tür, da kann der Kopf gar nicht reinrollen. Das ist voll unfair. Ey, lass mein Kopf da liegen. Ihr habt ja gesehen, wie meine Köpfe jetzt da reingerollt sind und die vom Domi. Lass mein Kopf da liegen. Scheiße. Das finde ich echt unfair. Das ist einfach... Das ist einfach nicht okay. Echt nicht. Werft den Kopf da sofort rein. Nein! Nein! Ohhhh! Alle tot. Ich bin da auch reingesprungen. Nein! Vor allem, du wirst ja... Ich habe es noch gerettet. Aber du fällst jetzt um. Hä? Dein Kopf ist doch weg. Nee. Hängt der da noch in der Grube, oder? Ja, aber der stirbt auch nicht. Ich mag gerade. Ich hänge da auch, weil der Kopf das Ding blockiert scheinbar. Das ist gerade blockiert alles. Was passiert da? Ich finde es ein bisschen doof, dass man da nicht hier herankommt gerade. Aber was für eine Session. Was kann ich denn jetzt machen? Ich muss die Flo hier durchprügeln, oder was? Du musst ihn ja durchpressen. Ich prügel so krass hier. Hol doch seinen Kopf einfach. Hier in Los Angeles kalt gepresste Saft. Vielleicht gibt das ja auch. Du kaufst dir so einen Saft, anstatt dir einfach mal einen Apfel zu fressen für einen Dollar. Aber es ist super training. Oh, jetzt liegst du. Oh, ich bin bewusstlos. Dein Kopf ist durch. Der Kopf ist durch. Scheiße. Wie ist er da drin? Nee, ist er nicht. Du kannst ihn holen. Und... Oh mein Gott. Häng da. Hol jetzt den Kopf. Und? Boah, ich hab nichts. Legt voll in der Ecke. Hier raus. Der wird in seinen scheiß Kopf da rein. Ja, Mann. Ja. Jetzt gibt's auf. Und? Das war's. Boah, der Tommy hat sechs Punkte. Alter, wie geht das denn? Wir haben alle noch zwei. So, wenn ich jetzt wieder... Alle auf grün, alle auf grün. Ey, erstmalig, dass mein Kopf nicht dreck reinrollt. Der Kopf ist schon drin. Mein grüner Kopf ist drin. Sehr schön. Ihr Schweine. Boah, man sieht so wenig. Die Perspektive... Boah, wie klein es jetzt gerade wird. Nein. Und dann noch hier gegen die Sonne. Jetzt kommt wieder näher ran. Ich zieh dich mit. Oh Gott. Der rote Kopf... Nein. Wir sind beide eingesaugt. Und wir haben leider nur ein Leben, Tommy. Das war's schon. Wir sollten jetzt... Nur noch auf grün. Jetzt starte ich erstmal da, wenn der Kopf wieder dreck reinrollt. Warte. Nee. Geil. Der Kopf war halt nicht. Ich verteidige mein Leben. Oh, da mein Kopf. Oh mein Gott. Hier ist der gelbe Kopf. Ja, hol dir den grünen. Ich hab... Nein. Ich wollte ihn grad holen. Wenn du mich killst, kann ich doch den grünen nicht killen. Nein, ich will dich doch gar nicht killen. Ich meine den Walle. Ach so. Okay. Ich hab den grünen Kopf. Ey, dann reif mich doch nicht. Ja, der grün ist weg. Alter, das gibt's doch nicht. Wo hält der sich da wieder fest. Alter. Und ich hab' ich auch noch. Du Arschloch. Und jetzt wollen wir noch einen Tommy schnurren. Weißt du, ich behalte mich grade so passiv. Ihr sagt mir, tötet mich nicht. Ich lass den Kopf vom Flory los. Und was passiert? Der Dommy wirkt nicht rein. Ja, der Dommy ist halt so. Was für ein dreckiger... Dem Dommy kann man einfach nicht vertrauen. Na, was hast du verdient, dass du da nochmal geschreddert warst, mein Freund. Ja, das haben wir beide noch. Super gemacht, Dommy. Ja, es tut mir leid. Ich war im Rage-Mode. Du Dreckiges Arschloch. Ich musste irgendwie erwischen. Okay, das wird ja spannend. Und das war's. Bei den mehreren kann man nicht viel machen. Weniger kann man nicht viel machen. Ja, komm, jetzt heul nicht rum. Es tut mir leid, Freunde. Mit deinem Kopfmacher. Mit dem Kopfmacher ist das schon ein interessanter Spiel. Das war's. Ich tu den Kopf rein. Ja, Kopf weg. Und... Ist schon ganz lustig. Für mich ging's natürlich jetzt schlecht aus, weil der Kopf auch zwei, drei Mal da reingerollt. Das hat mich dann ziemlich blöd angestellt. Ja, das hat er direkt reinrollt. War natürlich auch meine Schuld, teilweise. Jetzt sind wir zu Matches. Aber... Hatte der Tommy halt vor allem Glück. Das ist der Position. Oh, Fußball-Kick. Ich hab's einfach noch... Ich hab ihn reingerollt, oder? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich dachte, er ist drin. Oh, ja. Das war's fast. Oh. Oh, jetzt siegt er. Siegen beide. Sie liegen beide. Oh, oh. 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 Was ein... Oh nein. Hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir. Sehr geil. Oh Gott. 2-1 für dich. 2-1 für dich. Komm, mach die Runde vorbei. Sehr schön. Okay. Flo gegen Tommy. Das Match der Giganten. Ich war in den letzten Folgen von Gegenwist echt nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht. Die Lungs haben einfach zu viel, zu viel heimisch geübt. Wenn ich hier Videos gedreht hab, weißt du? Nein, da hat er... Ah, der Gelbe ist dauernd ohnmächtig. Was ist da los? Nein. Hast du einen Glück, ey. Hol die, hol die, hol die, hol die. Ich muss noch kurz erwähnen, für die, die es nicht verstehen, weil das nicht ganz ausreicht, viele unserer Aussagen sind ironisch gemeint hier, ne? Nur mal zur Info. Ja, genau. Also wir sind eigentlich alle liebe Freunde hier. Ja. 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 Oh Mann. Scheiße, der Tommy schon wieder gewonnen, ey. Mit dem Spiel, dass die Strafe wie... In den Pool. Jetzt sofort mit Klamotten. Komm, da bin ich auch für. Nein. Komm, wir werfen ihn in den Pool. Nein. Wir werfen ihn jetzt in den Pool. In den Pool mit Klamotten. Leg noch dein Handy schnell weg. Komm, leg noch dein Handy weg. Leg noch dein, hat er sein Handy dabei. Leg dich. Hey. Kann er wohl nicht sein. Nein. Ich hab ein Handy dabei. Nimm mal dein Handy raus. Nein, nicht mich rein schreißen. Nicht mich rein schreißen. Du kommst mit. Du kommst mit. Hast du noch ein Handy, Tommy? Jawoll. Ja. Was ist denn hier noch? Geile Runde. Das passiert, Alter. Wenn wir mit dem Ball eine Runde Gamebees spielen. Das kommt dabei raus. So. Schmeiß dir Sarah zu heim. Aber ist eigentlich ganz schön hier drin. Oh. Das ist mal schwer, ne? Was? Wie bitte? Ja. Ja, Mann. Gegenbees mit B風tauchgang. Ja. Willst du noch was sagen zum Abschied, Tommy? Das war eineăă gale Runde. Das kann man am machen. Das werde ich natürlichIT. Tschööö. Gut, mach gut!